Ja, das Problem ist einfach, du brauchst ein Interface, wenn du keinen Ein- und Ausgangsapparat an den Rechnern hast. Weil, ja, ich sehe keine andere... Oder du brauchst ein USB-Mikro oder USB-Kopfhörer. Oder USB-Mikro, USB-Kopfhörer. Ja, das stimmt. Das würde auch gehen. Wäre wahrscheinlich die billigere Variante. Tja, was machen wir jetzt? Lass mich mal überlegen. Ja, ich überlege auch gerade. Ich überlege gerade, Philipp, ob du irgend... Ich kenne mich, ob ich noch da irgendwas habe. Ob es irgendwas Technisches, abgesehen vom Mischer... Also über MacBook-Mic ist schon ein bisschen traurig. Ja. Also ich meine, wir können es ja zumindest mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja überraschenderweise doch gar nicht so schlecht. Also wir können es mal ausprobieren, aber ich würde dann die Session dann eher vertagen, lieber eine gute Aufnahme. Also es wäre jetzt einfach schade. Ich meine, so hat man einfach mal einen Testlauf gehabt. Aber Philipp, dann werf doch alles ab, was du da nochmal angeschlossen hast, so wunderbar. Mach Mischpult ab, sondern mach nur die Kopfhörer rein. Und hast dieses... Ja, hallo? Jetzt musst du Kopfhörer noch reinstecken. Achso, ja, Moment, Moment. Was könnte denn... Ich gucke mal für Philipp, was er... Er hat ja jetzt irgendwie dieses Mic und er hat auch ein größeres Mic. Eigentlich wäre es geil, wenn er sich jetzt irgendwie noch ein Interface besorgen würde irgendwo. So, hört ihr mich? Ja. Ja, ja, jetzt höre ich mich. Ja. Also ich höre dich, Pete, aber Carlos glaube ich nicht. Du hörst mich nicht? Ah doch, ich höre dich, aber ganz leise. Aha. Pete, wie hörst du mich denn? Ich höre dich gut. Also Pete höre ich auch gut, nur Carlos ganz, ganz leise. Aha, das ist ja abgefahren. Das ist ja interessant. Ähm, warte mal. Hörst du mich jetzt besser? Äh, nee. Jetzt, hörst du mich jetzt besser? Nee? Nee. Hm. Also ich muss genau zuhören, damit ich dich überhaupt verstehe. Okay, ich gucke mal, woran es liegen könnte. Ich suche mal ein bisschen hier. Oder muss ich vielleicht bei mir irgendwas einstellen? Aber ich wüsste nicht was. Ja, ich denke, ähm, ähm, Philipp. Ja. Sag ich dir, ähm, ich kann dir ja ein hammergeiles Mic-Interface anbieten. Wieso lachst du dabei so dreckig? Ja, weil du gerade für mich eins bezahlt hast. Ach so, das war ein Mic-Interface. Ja, genau. Raffiniert. Ja, cool. Dann kann ich ja erstmal deine Adresse angeben. Dann kann das ja gleich zu dir schicken. Dann hast du zumindest für die nächste Session gleich ein Mic-Interface. Obwohl da halt das Problem ist, dass ich einen USB-Asio-Treiber brauche, weil das Gerät noch für 32-Bit-Systeme ausgelegt war. Da muss ich halt so ein extra Plug-in halt noch kaufen. Das ist ein bisschen nervig. Ich versuche es gerade noch zu kriegen. Aber eigentlich können wir das ja so machen, dass ich dem Typen, dass ich das zu dir schicken lasse, Philipp. Ja, okay. Weil dann hast du ja erstmal ein Interface sozusagen. Ich dachte, du brauchst es. Ich brauche es nicht sofort. Das war jetzt mehr so. Also ich kann es erstmal haben, bis du das nächste Mal hier bist. Genau. Weil dann schicke ich ihm einfach deine Adresse. Und dann müssen wir bloß noch wegen diesem Treiber nochmal, diesem Plug-in nochmal gucken, wie wir das am besten machen. Aber dann hättest du jetzt gleich, dann hättest du bald schnell eins, weil er meinte, er kann sofort losschicken. Ja, okay. Da haben wir das schon mal geklärt. Und ich meine, was ist jetzt der Unterschied zu dem Teil wie zu meinem Mischpult? Ich meine, eigentlich habe ich alles angeschlossen, aber funktioniert das überhaupt nicht. Das Mischpult ist ja bloß analog. Es ist ja kein Interface. Du hast ja das Mischpult, also der Mac bei diesem Ausgang, das Mischpult wird ja nur über diesen Klinkenausgang oder Eingang vom Mac angeschlossen. Und da passiert nicht viel drüber, außer dass es entweder ein Signal bekommt oder ein Signal rausschießt. Ach so, ja, okay. Und ein Interface schließt du halt über Firewire USB an und dann kommunizieren die Geräte auch richtig miteinander sozusagen. Dann hast du die Probleme nicht. Dann kannst du sagen, dass das... Dann hast du noch andere Probleme. ...als Ausgang und als Eingang benutzt werden. Ach so, ja, ja. Du kannst es dann... Zum Beispiel ich, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Ich habe diesen Zoom halt, den kann ich auch als Interface benutzen. Der hat zwar nicht so gute Mikrofon-Vorverstärker wie jetzt Sound-Device und ich habe meine Kopfhörer auch an dem Zoom angeschlossen und nicht mal einen Rechner, aber ich höre alles, was aus dem Rechner rauskommt, höre ich halt auch über das Interface sozusagen. Hörst du mich eigentlich jetzt besser, Philipp? Philipp? Ja. Nee, er hört mich immer noch nicht besser. Ja. Na, wir können ja trotzdem ganz kurz, also, ähm, wir haben ja diese Liste. Hört mich überhaupt noch jemand? Oh, wenn wir jetzt so einen Test haben, wo wir schon da sitzen. Das Ding ist, wir können gerade nur eingeschränkt kommunizieren, weil ich den Carlos überhaupt nicht höre. Also... Hört mich überhaupt noch jemand? Hallo, hallo, hört ihr mich? Ja, ja, ich höre dich. Ach so, ich habe ja nämlich gerade was rumgeklickt und dachte, jetzt hätte ich das Problem gefaxt und zwar um Philipp mich nicht hört, aber anscheinend habt ihr mich jetzt beide nicht mehr gehört. Ach so, nee, ich habe dich auch nicht gehört. Okay, okay, okay. Also, das Problem ist, äh, ich habe hier so eine Routing-Matrix, äh, wo ich so rumklicken kann, wer was hört und so weiter und es ist ein bisschen... Complicated. ...bisschen kompliziert, ja. Okay. Das habe ich auch erst so zur Hälfte verstanden. Na, dann, ähm, guckt er noch durch oder so, dann kann ich ja mit Philipp noch ganz kurz hier was durchgehen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht aufnehmen werden, weil, ähm, na, ich nehme alles schon mal auf. Ah ja, naja, egal. Ähm, Philipp. Jo. Wegen den, ähm, wie machen wir das jetzt wegen, ähm, wegen, äh, ja, wer sagt wen, Titel beziehungsweise Soundtrack? Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Ich dachte, das machen wir einfach Freestyle. Aber es ist schon richtig, es ist vielleicht ganz gut, dass man das, wenn wir jetzt schon nicht aufnehmen können, dass wir das ein bisschen schon mal koordinieren. Genau, machen wir jetzt eine Redaktionskonferenz. Ja. Das hört sich gut an, ja. Also eine kleine Redaktion. Also ich habe mir einfach mal bis, ähm, bis Michael, bis Michael Neiman habe ich mir die Sachen mal kurz ausgedruckt. Mhm. Knicki, knacki, damit ich, ähm, ich denke... Ja, ich habe mir hier auch was ausgedruckt, also ganz unvorbereitet bin ich nicht. Okay, und, ähm, ich denke, dass wir das bei der Sendung, wenn wir das aufnehmen, sollten wir das so machen, weil man kann sich ja nicht alles merken, sodass, ähm, einer bereitet sich für den Ersten vor, den man sagt, also ob es nun Johannsen ist oder so, und in der Zeit, und in der Zeit kann man ja, dann kann er erst mal erzählen und in der Zeit kann der Andere ja schon mal sich noch mal ganz kurz die Unterlage von dem Nächsten angucken. Weil ich kann mir jetzt nicht, nicht merken, von allen merken, wo sie, äh, wann... Ja, das ist klar. Also es ist okay, dann machen wir... Ja. Also ich würde gerne, äh, Trevor Jones zu dem was sagen. Ja. Ja. Aber welche Reihenfolge ist mir egal, also... Das ist egal, ja. Ähm, wir haben ja jetzt, warte, ich muss noch mal ganz kurz... Ich habe nämlich nicht die, ähm, die ganze Liste, was du noch nachtrag, genau, so... Das trage ich mal ein, also es gibt noch, wen würdest, sag doch einfach, wen, wir haben ja jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf sogar, also ich würde sagen, wir nehmen zehn ungefähr, jeder nimmt fünf. Okay, ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, dann sag mir doch einfach, wen du nimmst, und dann kann ich mir markieren, wen ich nehme, sozusagen. Äh, okay, Moment, da muss ich jetzt... Also ich würde Trevor Jones. Okay, ja. Ach, äh, welcher, äh, der steht noch gar nicht in der Liste drin. Äh, wen man auch mal behandeln könnte, ist hier Klaus Doldinger. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, aber der Tatort und ähm, ähnliche Geschichte, das Boot und so gemacht hat. Das könnte ja, das könnte ja dann auch ein eigener Teil sein mit deutschen Komponisten. Oh ja. Genau, dann lassen wir den erstmal raus, dass wir uns nicht andauernd wiederholen. Dann nehmen wir Max Richter aber auch raus, würde ich sagen, dann kann der auch zu deutschen Komponisten. Okay, genau, dann nehmen wir die für ein anderes Thema. Gut, dann streichen wir die beiden. Ich markiere es mir einfach mal hier in meiner Liste kurz rot. Also, wen ich gern haben würde, du bist jetzt... Ja, genau, sag mal, wen du wirklich gerne haben würdest, so dann... Also ich würde, also ich würde gern Michael Andrews. Kannst du haben. Weil den, da habe ich auch noch eine Platte von seiner Band, also auch eine Solo-Platte. Ja, das ist sehr gut, weil zu denen kann ich gar nicht so viel sagen, außer zu seinen Donnie Darko, Southtrack, ansonsten... Ähm, Patrick Doyle halt, wegen großer Erwartung. Kannst du auch, da kannst du auch viel wert zu sagen. Ja, es geht, aber ein bisschen was. Ah, der hat ja, da habe ich mal geguckt, was der noch gemacht hat, weil ich kenne von dem gar nicht so viel. Der hat ja doch ziemlich, äh, von ihm auch... Genau, nee, nee, der hat... Oder der hat, der hat, ja, nee, der macht eine ganze Menge jetzt. Aha. Ähm, genau den, den Johann Johannsen. Kannst du haben. Weil wegen, weil ich da auch die... Den habe ich so ein bisschen für mich mal entdeckt. Ich denke mal, David Vigo würdest du nehmen, weil du hast David Vigo entdeckt. Den habe ich von dir. Ach, echt? Cool. Wie, wann habe ich... Was habe ich denn da entdeckt? Du hast... Not Taking... Take Shelter, den hast du mir, ähm... Den Film, also den Film Take Shelter hast du mir sozusagen empfohlen. Ach echt? Ich habe es ja in Erinnerung, dass du mir den empfohlen hast. Aber cool. Wusste ich gar nicht mehr. Wie auch immer, also... Wollt ihr nicht gehen? Willst du... Okay, warte jetzt. Ich markiere mir mal ganz kurz. Green. Michael Andrews wird für mich Green. Ähm... Patrick Doyle. So. Ähm... Dann... Ja, wie sieht es mit John Murphy aus? Ähm... Weiß ich gar nicht. Also kannst... Wenn du den willst, kannst du den auch richtig nehmen. Dann nehme ich mal John Murphy auch. Obwohl es hier... Also hier würde ich... Aber ich meine, wir sagen ja immer beide was dazu. Aber hier ist mir aufgefallen, weil hier gibt es eine interessante Geschichte zu, ähm... Sunshine. Den Soundtrack. Mhm. Ähm... Aber das ist ein Detail, weil... Die Melodie wurde ja von anderen Filmen noch übernommen. Also diese, äh... Diese Hauptmelodie von Surface to the Sun, also diese... Ja. Sag ich mal, der Haupttrack. Der wurde in... Also von einer Melodie fast 1 zu 1 gecovert, also anders orchestriert zwar, äh... Von Ink. Und der Track von Ink wurde wiederum in The Grey benutzt. Beides Filme, die ich gerade jetzt nicht kenne, aber... Musst du mal bei YouTube eingehen, äh... Ähm... Schickt, schreibt es doch einfach... Genau, ich schreib das in die Notizen, die direkten Links zum Vergleich, also, dass die sich sehr stark an den Sunshine Track orientiert haben und... Okay. Ja, kannst ja reinschreiben, ich meine, das kannst du ja auch sagen. Ich werd jetzt... Ja, okay. Gut, gut, ja. Gut, dann hab ich 4. David Vigo hab ich dir. Ja, ich würd dann nochmal Michael Nyman übernehmen. Kannst du auch haben? Weil es, äh, sehr gewagt ist, weil der ist, das ist eine Nummer, der hat ein eigenes, der hat das Genre Minimal Music erfunden. Ähm... Da hab ich bei Wikipedia gesehen, dass er ja auch so ein, äh, Mitglied von so einem Orchester war, was sich selbst als weltschlechtestes Orchester bezeichnet hat. Ja, ja, und er hat ja den Begriff Minimale Musik erfunden. Er ist der Erste, der ist sozusagen... Ja, er ist der Erfinder der Minimal Musik, wo auch David Glass oder die ganzen, oder jetzt auch eigentlich so, ähm, Johann Johannsen oder sowas, die, oder, oder Cliff Martinez oder die, die arbeiten ja alle mit diesen Schemen sozusagen und das ist ja so, da ist ja Michael Nyman so der, the God, aber wir reden ja mehr über den Soundtrack denn, ähm. Ja, okay, aber da hast du den mehr, nimm den mal auf, ja, da hast du mehr Ahnung. Okay, dann, ja, gut, dann hab ich jetzt die, die fünf, ähm, auserkoren. Okay, dann, ich hab ja bisher David Wingo und Trevor Jones, dann brauch ich jetzt noch drei. Ja, genau. Äh, dann nehm ich, ja, die sind ja auch, Moment, ja, sind ja, dann nehm ich eben James Horner, Hans Zimmer und Jan Thiersten, aber da würde ich das recht kurz halten, ähm, weil er so sehr interessiert, der denn doch nicht, finde ich. Ja, ja, also man kann sich überlegen, wer noch so, was so, um, um so einen Ausgleich, aber wir haben jetzt eigentlich mit Johann Johannsen, Michael Andrew vielleicht jetzt nicht so, aber mit John Murphy, ich mein, dieser komische, wie heißt der, Cliff Martinez? Ah, nee, warte, wir werden auch noch Alan Silvestri, das ist die Frage, ob wir dafür rausschmeißen. Nö, sehr, dann schmeißen wir einen anderen, du kannst du ja auch, dann kannst ja Jan Thiersten rausschmeißen, denn Jan Thiersten ist ja, was ist der eigentlich, Franzose oder Deutscher? Äh, ist Franzose, also ich weiß nicht, ob er dort geboren ist, aber er, also ist auf jeden Fall, ja, zählt ja noch Franzosen. Jetzt los hier. Was? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Äh, ist der nicht Belgier? Ich guck mal schnell nach. Auf jeden Fall ist der ja auch hauptsächlich, äh, so richtiger, also so, ähm, na, so Komponist und so, gar nicht mal nur für Filmmusik, ne? Also da ist er halt auch wirklich eine Koryphäe und, glaube ich, viel bekannter als in dieser Filmmusikwelt, oder? Ja, ja, also ich meine, er ist in der Filmmusikwelt einfach nur durch, 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 ähm, Amelie. Ja, nee, aber er ist Franzose, ist richtig, Franzose. Okay, Franzose. Aber bei dem ist halt wirklich wichtig zu sagen, dass der, dass Filmmusik bei dem nur so ein kleiner Teil ist, also. Ja, ja, aber es ist so bei, bei so, äh, Leuten wie Michael Andrews zum Beispiel, der macht auch noch voll viel andere Mucke, so, also der ist so, oder Patrick Doyle kommt zum Beispiel, deswegen ist große Erwartung noch eigentlich ganz, äh, bei dem, der kommt viel aus dem Theater, der hat früher ständig für, äh, Shakespeare Theater irgendwie Musik gemacht. Okay. Obwohl Johann Johannsen auch aus dem Theater kommt, also sie kommen ja alle, sind so ein paar, die halt einfach auch ganz andere, und, 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 und hier die, alle Michael Nyman sowieso, also der macht ja eigene Alben, und der macht ja noch wenig Soundtracks eigentlich. Also, hat's gar nicht mehr so viele gemacht, wie auch immer. Okay, ähm, Carlos ist zwar zu hören, aber wahrscheinlich bei Philipp immer noch leise. Ich bin, also, ich sag Bescheid, sobald ich ihn das gut höre. Äh, weiß ich's denn, ne, mal gucken, vielleicht ist, löst sich das auch, wenn Philipp hinterfällt. Das müssen wir, da müssen wir sowieso nächstes Mal dann nochmal, nochmal neu fummeln hier. Ja, aber ist ja ganz gut, das haben wir mal einen Testlauf gemacht. Und ich meine, wenn jetzt, wenn Philipp jetzt auch das, äh, Interface mit dem Mic hat, Philipp kann's ja denn mit dem kleinen Mic, was er hat, beziehungsweise kann er, du hast ja, Philipp, du hast ja noch so ein größeres auch, so ein Superlux, oder wie der, dieses Mic heißt, oder? Ja, das ist inzwischen, keine Ahnung, verschollen. Verschollen? Ich weiß nicht, wo das ist. Du hast doch auch ein Bart in diesem Ding da drin, oder? Äh, also ich hab's eben nicht gefunden. Okay. Ja, gut. Kann sein, dass es kaputt war, oder so, ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, ja, okay, okay. Was du wahrscheinlich für das, du hast ja jetzt das Mic, was du jetzt hast, dieses, äh, Rode, das ist ja, ähm, mit Miniklinke, oder? Also so kleiner Minichack, Miniklinke? Ja. Okay, mhm, okay. Muss man bei dem Interface gucken, welche Anschlüsse da sind. Ja, okay, aber, äh, da kann ich ja, da gibt's, meistens haben sie ja noch so einen größeren Anschluss, aber da hab ich ja so einen, äh, so einen Adapter oder sowas dafür. Oh ja, okay, 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 perfekt. Das geht. Okay. Squat, Squat. Äh, Squat. Ey, sag, sag mal, hast du Split gesehen? Hast du Split gesehen? Nee, noch nicht. Ach, Mann, Alter. Es tut mir leid, aber ich hab, die Zeit ist, äh, nicht begrenzt. Und Split ist ein Film, den ich nicht, äh, wir können ja meistens abends immer nur uns aufteilen, die eine Hälfte des Films gucken und am nächsten Abend die andere Hälfte. Aha. Das ist halt wirklich zeitig. Was wir uns jetzt angeguckt hatten, war High Rise. Oh, ja, den wollte ich auch sehen. Was ist das? Geiler Film. Der arbeitet, also der ist cool. High Rise, okay. Auch die Musik könnte interessant sein und Schauspieler sind gut und der macht Spaß, der Film. Also der ist gut. Doch, der ist gut. Zum Ende muss ich sagen, dass der Film gut war. Ja, ich hab mir auch den neuen Wolverine-Film angeguckt. Ah, der wird ja auch abgefeiert gerade. Der ist ganz geil. Also der macht auch Spaß, den zu gucken. Da geht's ordentlich ab. Okay, ja, freu ich mich drauf. Also der ist so ordentlich brutal auf jeden Fall und das macht schon sehr viel her bei Wolverine. Das muss ja wohl so sein. Ich hab mir gestern den letzten Trailer für Kong Island angeguckt. Den Trailer fand ich ganz geil. Echt? Na, der Film interessiert mich irgendwie gar nicht. Doch, eigentlich, ich find den, ich zock mir den rein. Irgendwie find ich den Trailer, der Trailer war dann wirklich so auf Apokalypse genau gemacht und geil geschnitten auch. Und irgendwie fand ich das noch so, da hat er so, na doch, mal schauen. Ja, doch, hab ich auch Bock drauf. Aber Highrise müsst ihr euch auch angucken. Ist wirklich eine kleine Filmperle. Ja, sonst hab ich, boah, Philipp, hab ich dir mal gesagt, diese, 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 diese He-Man-Figur, die ich mal gekauft habe, hab ich dir das schon mal erzählt? Die wird jetzt, die geht bei Ebay jetzt schon für 270 Euro weg. Aber ich find die auch geil, die Figur. Na ja. Macht's gar nicht so viel Sinn. Ey, krass, ich hab mir jetzt mal Thunderbolt, äh, ja mal installiert, jetzt wieder mal seit Jahren, wegen E-Mail-Adressen. Und hab mal die ganzen Trash-E-Mail-Adressen, so Trash oder Shop at Sugarman, Paper at Sugarman oder Ebay at Sugarman. Aber hab, ich hab dann gleich, ähm, ich hab bei, bei Trash und so weiter, hab ich gleich Pop, Pop, nicht iMap genommen, Pop, sondern damit er auch wirklich den, da macht er wahrscheinlich, ich hoffe, dass es klappt, denn die Accounts leer. Na, das kannst du ja irgendwo einstellen, ob er das macht oder nicht. Aber ich dachte, bei Pop macht er das. Ah nee, bei Pop macht er, überträgt er nur das, was, wenn ich jetzt alles lösche, dann löscht er es auch auf dem einen Ding, oder? Na, der Unterschied ist, ähm, iMap ist immer auf dem Server und, ähm, deswegen musst du es nicht runterladen, also, aber ich hasse E-Mail, ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, ey. Ich hab damit ständig irgendeine Scheiße, irgendwelche Probleme. Ja. E-Mail ist anstrengend. Ähm, ich check nochmal Philipp-Esch, da-ba-da-ba-dam. Also, die ist die Packstation-Nummer, wa? Die Nummer, äh, äh, äh. Ich hab's ihm geschickt. Cool. Alter, was ist denn? Das ist scheiß E-Mail. Was denn? Das ist E-Mail? Ich kann meine E-Mails irgendwie nicht, nee, ach, ich kann grad meine E-Mails nicht öffnen, warum auch immer. Ich kann die an, ich seh zwar, dass ich welche bekommen habe, aber wenn ich draufklicke, kommt einfach nichts. Soll einfach sterben, die Scheiße. Ach, shit. Ja, ich hab vor kurzem ausgesehen meine ganzen, mein E-Mail-Postfach komplett gelöscht. Ich wollte irgendwas umstellen von iMap und POP3 oder so und dann war auf einmal alles weg. Über Thunderbird, oder? Ja, Mann. Genau das, was ihr mir prophezeit habt. Ja, ich hoffe ja, dass, ich hoffe ja darauf, dass es klappt, weil die E-Mails bei unserem Webmailer zu löschen ist voll anstrengend. Du musst nämlich erst einen Papierkorb erstellen oder so, jedenfalls war das voll anstrengend und ich wollte die schon länger mal löschen. Deswegen hoffe ich ja, dass Thunderbird jetzt mal die Dinger da löscht. Ich hoffe auf den Fehler. Geiler Satz. Ich hoffe auf den Fehler. Ist doch wunderschön. Und ansonsten ganz kurz noch ein Plan B, nur falls das Interface nicht ankommt, obwohl er sollte, der kommt aus Berlin, der Typ, wenn er das jetzt abschickt, spätestens Montag, dann ist das Dienstag oder Mittwoch da eigentlich, aber. Naja, ansonsten habe ich auch noch ein Interface. Ah, genau, im Notfall, genau, Plan B wäre, dass dann Carlos noch ein Interface hat, so was man sich dann einfach schnell übergeben kann. Warum mein Mikro vorhin so gebrummt hat, das finde ich sehr merkwürdig. Mein Mikro hat von, also dieses eine Mikro, was ich mir mal hier, dieses OTRF Stereo Mikrofon, ähm, was ich in letzter Zeit mehr als Sprachmikrofon benutze, ähm, ja, hat jetzt vorhin so komisch gebrummt, na egal, irgendwann muss ich mir sowieso wieder mal, ähm, neues, ähm, Sprachmikrofon irgendwann holen. Ich auch. Aber das kommt schon. Ich nehme hier gerade mit dem Zoom auf und, ähm, ja, das ist echt, ja, man hat ja eine Zeit lang so, eine Zeit lang ist es okay so, das geht auch, aber so ein richtig gutes Sprachmikrofon mit einem guten Vorverstärker ist schon wirklich, also wenn man das, ich habe das mal bei Daniel gehört, der hat natürlich so einen Neumann und hat sich ein Duett-Interface mit gutem Mikrofon, und, aber wenn du das mal anschließt und dann hörst, das ist wirklich crazy, also das ist wirklich echt krass, das ist wirklich nochmal was anderes, whatever. Gut, dann, ähm, beenden wir das jetzt, oder? Ja. War doch ein guter Test. Mhm. Dann genieße ich jetzt noch meine, äh, knapp zwei Stunden, äh, Freiheit und. Was machst du? Ich werde mich auf den Balkon setzen, ein Buch nehmen, lesen und in der Sonne, äh, die Sonne genießen, die jetzt endlich mal da ist. Hey, ich habe gehört, gestern gab es in Basel eine Schießerei mit zwei Toren? Ja, habe ich auch, ja, stimmt, ja, da gibt's, es gibt so eine Bar, ähm, in Kleinbasel, da sind wirklich so. Bar 51 oder so was ist das? Genau, das ist auch so eine, so eine Rocker, Rockerbilly, irgendwie so eine Gangsterkneipe, so, die ist noch ganz sympathisch. Äh, äh, ansonsten war jetzt hier, also hier war ja gerade, ähm, jetzt drei Tage Fastnacht. Ach ja, stimmt, ja. Und da ist ja für mich auch extra, äh, das Zahnrad. Aber da ist ja wirklich hier drei, drei Tage echt die Hölle los. Also es ist so wie Köln, Karneval, aber da sind die Läden alle zu, da ist alles zu und die sind alle verkleidet, aber so mehr so Traditions und rennen alle mit Trommeln und Piccolo-Pfeifen rum. Es geht drei Tage nur Trommeln und Piccolo-Pfeifen. Okay. Und dann wird wahnsinnig. Das ist echt, das ist echt krass. Diese Piccolo-Pfeifen, Alter. Äh. Also, konnte es sich nicht so mit der Tradition anführen? Nee, nicht wirklich. Ich fand es nicht so. Also da gehe ich lieber auf den 1. Mai. Da sind auch viele Leute. Ah ja. So, Leute. Denn, ähm, habt ihr, habt ihr, habt ihr schönes Wetter? Ja, das Smalltalk macht man immer am Anfang, Piet. Ja, das machen wir halt jetzt am Schluss. Piet möchte nicht sich verabschieden. Ähm. Nee, nee, nee. Also es tut gut so ein bisschen, aber nee. Wir hören uns nächsten Samstag und dann bin ich ja auch schon wieder nochmal in Berlin kurz, Philipp. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja. Ja, Ende des Monats, wa? Ja, genau. Irgendwie so nochmal kurz ein paar Tage im Theater arbeiten. Ja, cool. Ja. Gut, die Schmuti, dann, ähm, schön. Also, dann, ähm, ja. Na gut, dann. Ja, ruf. Ciao. Tschüss. Ciao. Macht's gut.